Hallo, Freunde! So, ich spiele heute mal eine Runde Worms Battleground. Ich habe noch nie ein Deathmatch gemacht dadurch. Machen wir einfach mal weiter hier. Also ich habe einfach mal ein Deathmatch gestartet. Ich gegen vier andere Computerspieler. Einfach mal so zum Spaß. So, mein Name ist Fox. Ja. Also ich habe Worte gebeten, öfters mal am Anfang so den Namen vorzugeben, wer gerade spielt, so dass die Leute das auch wissen. Soll ja kein Problem sein. Habe ich dann einfach mal so gemacht jetzt. Oha, das könnte mir jetzt ziemlich eng zu sein hier. Wer ist dran? Gut, ich schon mal nicht. Jetzt aber ich kriege gar nicht mehr auf die Fresse. Boah, bah! Na ja. Bist du vor? Ja. Gut, ich bin dran. Guck mal an. Hier ist Wasser. Okay, ich muss mal ganz schön gucken, wie das geht hier. Gut, dazu schon mal springen. Ich habe irgendwie... Aha, hier wähle ich aus. Ich habe echt noch keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Um das denn zu machen, machen wir einfach hier erstmal so. Und? Gut. Oh! Nein! Aaaaaah! Auaas! Aber weg ist er. Gut, hoch kam ich nicht. Hab mich so... Ich bin so reingewürgt am Anfang so. Also Bombs habe ich schon früher echt sehr gerne gespielt. Ich kenne schon seit Armageddon. Okay, der erste war ein bisschen blöd, da hatte man überhaupt keine Chance. Nach Armageddon wurde es immer besser und besser und besser. Mir ist aber auch aufgefallen, die gehen immer bei Worms so die alten Strukturen wieder an. So dieses 2D, dieses von links nach rechts. Es gab auch mal Worms 3D und so. Ich habe sie aber irgendwie nicht wirklich durchgesetzt, sondern davon ist Energie. Das ist immer gut. Und er überlegt, und er überlegt, und er überlegt. Bombs hat ja deine Eigenschaften, weil es so witzig ist, irgendwie. Manchmal die Sprüche und so. Das ist schon alles ganz cool. Der mag ich speziell ja auch ganz gerne. Wie gesagt, ich... Ja. Da vorne ist eine Mine bei Ihnen. Vielleicht geht da nochmal rein, ne? Ne, äh... Was war das? Ja, ich habe das eigentlich noch nie wirklich gespielt. Ich habe einmal so die Anfangsmission... Mal gemacht. Muss man irgendwie machen, so als Training. Danach war auch schon feierend. Habe ich es nicht weiter nie erstmal angerührt. Und heute dachte ich mir, ah, mach mal ein Video davon. Das war gut. Klasse! Bombastisch! So, wollen wir den effektivesten Charme nehmen. Oh, guck mal, man hat echt genug Zeit, sich da was einfallen zu lassen. Was ist denn das hier? Ein Schaf. Kann ich nicht benutzen? Zum Kaufen? Ich habe gar keine... Oh, Mann. Davon muss man ihn kaufen. 10 zu kaufen? Äh! Was habe ich denn überhaupt? Ja. Schade, ich dachte, er fliegt im Wasser. Ich habe mir schon wieder vier abgezockt. Äh! Aber ich muss gucken, dass ich da irgendwie... ...gleich mal reinkomme. Vielleicht will ich ja noch ein, zwei Videos davon machen. Wer weiß. Verdammt, ich habe hier keine Liste, um auch mal vielleicht einen Zustand zu sehen, wann was ist. Ja. Ja, komm, los, schubsen doch Wasser, los. Schön. Oh. Blitzschlag, cool. Dann wurde ich, glaube ich, mitgetroffen, bestimmt. Naja, natürlich. Diamanten. Ach, man muss da also so gesehen Geld verdienen, um überhaupt was zu schaffen. Ah. Sehr interessant. Um die Waffen freizukaufen, muss man also auch da vermutlich die Dinger da bekommen. Aber, soweit ich das jetzt verstehe, soweit ich das eben gerade gesehen habe, hat er doch eine Geldmünze drauf. Wasser ist, glaube ich, schlecht. Würde ich das beinahe so behaupten? Ah, der schnappt sich die Münzen oder was da auch immer war. Eh, meine Güte. Ah, schu. Überleg nicht so lange. Ich weiß, dass du eh auf mich willst. Ja, danke. Danke, echt. Danke, danke. Ach, da unten sehe ich es jetzt. Naja, das E-Team da unten ist übrigens noch an der zweiten Stelle, aber grün muss man langgemein. Ja, vielleicht erst mal einen Bugs kriegen. So, wo stehe ich denn hier? So, ich habe diesen Wurm schon wieder. Okay, wenn ich jetzt gut bin. Na? Eeeh. Na, komm schon. Ach, shit. Das funktioniert so alles nicht. Ähm, was haben wir denn hier? Fallschirm. Haben wir irgendwie ein UFO? Solange ich habe, kann ich kaufen. So, Leute, also, okay. Komm her, der UFO packe ich mal hier vorne hin. So, zack. Kann ich nicht? Warum nicht? Geht nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm. Na, komm her. Hoch. Ja, shit. Das war zu wenig. Früher konnte ich das mal so gut mit diesem Wind einberechnen, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Spiel. Da muss ich erst mal das Windsystem hier lernen. Sehr gut. Na, willkommen. Bruce. Ja, die Überlegungszeit braucht ich ein bisschen länger und länger und länger und länger. Sehr gut. Jetzt kommt ein Wurm mit einem großen Korb. Oh, oh. Oh, da vorne. Ich habe die Würmer ja den Namen genannt. Also, so wie unser... Oh. Der Grillfrog hatte Glück gehabt. Blödschlag. Wird ja alles nix. Ich glaube, ich muss mal da oben die Knöpfe ausprobieren. Ja, könnte gefährlich werden. Aha. Ich kann ja also zoomen. Sehr gut. Bitte schön. Und los. Zack. 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 Sprich. Oh, okay. So, bin ich da vielleicht ein bisschen geschützt? Was denn? So, hey, den habe ich ein bisschen mit abgezockt. Oh, Luftangriff. Luftangriff. Oh. War ich dazwischen? Ja, ich war dazwischen. Da hätte ich auch ganz schnell in den Wasser gelangen können. Dürfte ich auch schon Luftangriff haben. Yeah. Und das schon wieder. Noch ein Luftangriff auf die gleichen. Oh. Aber der andere kriegt auch immer noch einen mit rein. Weg ist er. Oh, der eine ist weg. Oh, cool. So, wie es aussieht. Ähm, lebt Geld nicht mehr lange. Da vorne, weil ein bisschen Pappe ist denn jetzt dran. Ist das jetzt gelb? Oh, die letzten alle Luftangriff an. Und bababam. Vollfassen. Oh, der ist dran. Oh, der ist dran. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Wem haben wir denn hier noch? Und das ist eine Kiste. Oh. Ich weiß auch gar nicht, ob ich fliegen kann. Habe ich eine Langrakete? Was ist das? Luftangriff. Okay. Das setzen wir doch gleich mal ein. Ich bin auch dran. Nicht immer nur ihr. Wir gucken mal. Das sieht doch ganz nett aus. Ich kann auch Pfeil wechseln. Achoo. Ja. Versuche ich das erstmal nicht. Komm, wir versuchen das doch. Und los geht's. Genau dazwischen. Vielleicht kriege ich den anderen auch noch angekratzt. Und. Was? Oh, da oben ist auch noch was. Was ist das denn? Die anderen konnten mich doch auch treffen. Was waren die hier? Also ich komme jetzt mit... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Da bin ich jetzt komplett verwehrt. Nicht gut. Gut, da bin ich glaube ich auch nicht in der Gears. Bam. Zack. Oh, jetzt kommt Rache. Jetzt kommt Rache. Ist das wirklich ein dicker Wurm, ne? Meine Güte. Meine Güte, der hat 105.15 AG. Tu mal was, der... Ein Schaf. Ich sag dazu nichts. Hätte er ein bisschen früher gezündet, hätte das werden können. Der hat nur noch 40. Das ist ein Frankenstein-Würmchen. Ja, los. Töte den Albert. Töte den Einstein. Was machst du denn? Bingo. Was für ein Treffer. Perfekt. Was haben wir denn hier? Hier unten ist Ende. Vielleicht kann ich den irgendwie versenken. Versuchen wir jetzt auch mal mit Schaf hier. Bingo. Weg ist er. Sehr gut. Hui. Ja. Ja. Gut. Guck mal, gelb ist wirklich Bein am Ende Tja, noch 150 Meine Güte Was ist das denn jetzt? Jetzt sind wir hier schon bei Bei, bei, bei Digimon oder so Pokémon, keine Ahnung, wer solche Schüsse abfeuern kann Falls sie überhaupt was anderes zu tun hat Los kommt Frankenstein Wie ist der? Achso, ja, gelb hat vermutlich noch den Das ist gut Nein, das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist, ouchi Oh, was ist jetzt passiert? Bam So, der ist weg Das ist der Wärmchen Tati Ja, bye Das wars Knallhart Oh ne, Gnade war das Da unten komm ich niemals ran So, mal gucken Jetzt muss er hier echt aufpassen Weiß ja gar nicht Die hier Können das bestimmt Ja Dann komm Äh Das ist nicht gut Ich könnte vielleicht was versuchen Wo ist die? Was haben wir denn hier? Granate Haben wir auch diese Klosterbombe Ich versuche es Mit der Kloster Oh, da hier vorne ist aber auch wieder eine Bande Hier vorne ist eine Bande Das geht nicht Das Äh Irgendwas muss ich versuchen Auf diesem Winkel Bevor ich irgendwie ein Beamer benutze Und los geht's Das wäre nicht mein Plan gewesen Das ist so schön Gut, das war nix Ne Das war nix Mit 5 X Nix Naja, ne Ich weiß, dass man nix Mit X nicht schreibt Aber Ich schreib's gerne N-I-X Nix Nix Oh, da kommt's los Boah Buh 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 Doch, das war ne Wasserbombe Äh Also, jetzt laufen kann man auch wieder ganz schön Gut Jetzt ist der Einzelne wieder ein halbtoder Wurm dran. Und er überlegt, und er überlegt. Bitte warn, bitte warn. Ja, das könnte ein verdammt langes Video werden, wenn es so weitergeht. Ja, oder auch nicht, wenn man sich selbst mordet. Und zack, der eine dürfte weg sein, der andere dürfte wohl aufbeinern. Hey, hey, nee, nee, nee. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.